Hey yo, was geht ab Leute und herzlich willkommen zum allerersten Part vom Schwitz-Dokumenter in Call of Duty Ghosts. Ich bin heute nicht alleine, sondern hab noch den... Nils mit dabei! Yo! Herrschaft 6 gegen 6, Bodenkel gibt's ja leider nicht bei PS3 auf Strike Zone. Ich find die Map geil. Ja man, die ist richtig geil, die ist auch wenigstens nicht so groß. Und ja, ich hab mich schon ein bisschen so eingespielt in Ghosts, Leute. Also Aiming, Movement und so passt halt, aber die Laufwege stimmen halt noch nicht. Aber ich denk mal, das dauert halt schon seine Zeit. Die zocken mal auf Specialist, glaub ich. Ja, ich hab die Standardsachen dabei. Strix sind hier eh krache. Allgemein sind die ja nicht so gut, finde ich. Irgendwie, ich hab ne Vorratskiste geworfen in Freyfall, als ich gestern gespielt hab. Und dann kam da sowas raus wie so ein Schwarm. Ich hab keine Ahnung, ich hab den aktiviert, das war wie so ein Schwarm. Mörserschlag oder irgendwie so hieß der. Kein Plan. Der hat irgendwie richtig viele Kills gemacht. Der hat locker zwölf Kills oder so gemacht. Okay, nicht mich. Drei. Okay, zwei. Eins. So Leute, erste Runde. Mal schauen. Okay, nehmen wir die A-Flagge mal mit ein. Komm. Zack. Kriegt schon ein paar Gegner weggesnackt hier. Und, ich bin gleich tot, oder? Ne, ich schlucke gleich mal. Sehr gut. Was? Oh Gott. Also, Herrschaftspawns kenn ich eigentlich gar nicht, weil ich hab gestern eigentlich nur frei für alle gespielt. Ah, was muss ich denn für einen Auftrag machen? Erreichen die einen Volltreffer. Okay. Alter. Ich glaub, ich spiel da nicht drauf. Ich guck einfach, dass ich den... Meine Hände sind noch so kalt, ne? Du hast Glück erreicht, ja. Okay. Oh, danke, Teammate. Okay. Der Typ hat mir auch den Arsch gerettet. Wie läuft's bei dir so? Oh mein Gott. Oh, ein Millimeter, bevor ich die Flagge einnehme. Scheiße. Na, es geht. Ich muss mich erst mal wieder einspielen. Bei mir läuft's gerade ganz gut. Okay, ich hab die Leute ganz gut geflasht. Ich hab immer noch keinen Volltreffer. Oh, wie er da in der Ecke sitzt, ne? Spezialisten-Bonus, meine Damen und Herren. Läuft bei dir, Digga. Steht 12-0, Mann. Okay, ich hör da Schritte. Ach du Scheiße, Alter. Bin immer voll neidisch. Alle Schritte hören. Ich zock ohne Sound, Mann. Ja, aber in Herrschaft geht's jetzt nicht so extrem gut, glaub ich. Oh mein Gott, Digga. So viele, Digga. Komm, ich sichere jetzt mal die B-Flagge, Alter. Komm her, bitte. Setcom, okay. Ich hab Angst hier. Ich find hier irgendwie bei Ghost das Radar so ein bisschen komisch. Ich achte darauf irgendwie gar nicht. Das ist richtig komisch. Boah, ich muss grad richtig scheißen um den kurzen Camstrak. Oh mein Gott. Was, bist du echt kurz vor? 17-0. Okay, ich hab jetzt den Hund. Ich spiel einfach ein bisschen defensiver jetzt. Ja, ich spiel hier jetzt mal ein bisschen. Oh fuck, Alter. Nein, er kommt von der Seite, Alter. Oh mein Gott, nee. Wie hab ich das denn überlebt, mein Freundchen? Oh mein Gott, ich werd gespawned, ne? Wie hab ich das überlebt, Digga? Ich weiß es nicht. Dahinten liegen Ballistikwesten. Bei A. Schluckst du grad wohl, oder was? Ballistikwesten, welcher Held hat denn hier Ballistikwesten platziert? Ich drück dir die Daumen. Warte, ich hab ne Setcom. Ich tu die mal hier hin. Okay, ich hab wieder den Hund. Ey, ich hab wenig Munition, Digga. Hey, das ist so lustig, Alter. Wie der Hund. Die Leute, die da immer wegnatzt. Oh mein Gott. Digga, auf was für einen Streak bist du? 22. Oh mein Gott. Alter, Digga, Nils. Erste, na okay, ich will dich jetzt nicht unter Druck setzen. Bin ich so oder so schockiert. Hab Campstrike. Digga, erste Campstrike live. Oh mein Gott, Campstrike live. Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott, Digga. Was ist mit dir los, Digga? Scheiße, Mann. Alter. Oh mein Gott. Leute, ihr müsst bei Nils vorbeischauen. Ich hab jetzt auch schon den Maniac, aber den aktivier ich jetzt mal nicht. Oh mein Gott, Campstrike live. Ich, boah, wenn ich jetzt, egal, ich höre einfach. Digga, hast du deine Elgato an? Ja, Mann. Läuft bei dir, Digga. Erste Campstrike live, Leute. Deutschland-Premiere. Ich muss gleich erstmal noch zurückspulen, damit der Elgato... Ja, ich schick dir dann sofort die Turnspur. Fuck, Mann. Digga. Epischer Anfang. Jetzt nicht bei mir, aber bei dir, Alter. Nein, ein Jumpshot. Mich das ist der Einzige, der aufregt, der eine Frau als Charakter hat. Scheiß drauf. Hauptsache Campstrike. Georg, wenn du jetzt Double machst, Alter, das wäre so krass, Mann. Ja, eben. Ich kann ja vielleicht gleich einen aus dem Care-Package oder so. Na, Mann, das wäre lustig. Ich bin aber jetzt auch schon auf einer ganz guten Streak. Ich liebe meinen Team. Oh, mein Gott, er ist AFK, deshalb... Ey, da liegt eine Campstrike im Care-Package und die ist auf dem Dach. Echt? Ja, guck. Lol. Ey, ich überlappe gleich meine Streaks. Habe ich die dann trotzdem? Oh, Mann. Weißt du das? Fuck. Ja, dann hast du... Oh, wenn du die überlappst, das weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Weil ich will die gerade nicht aktivieren, weil ich bin, glaube ich, auch schon auf einer Streak. Ich habe schon 20-3. Okay, ich bin auch auf einer Streak. Aber die Runde läuft auf jeden Fall, Mann. Ich mag die Map richtig. Ich kenne da die Spawns null, Alter. Ich habe nur frei für alle. Eben war richtiger Spawn-Fail, Mann. Wie ich das überlebt habe, weiß ich selber nicht. Ohne Witz. Ey, der Hund irritiert mich voll. Ich denke, die ganze Zeit ist es irgendwie... Ja, das ist ein Teammate, ne? Ja, Mann, ist bei mir auch so. Ich habe letztens mit Dominik gespielt und dann dachte ich immer, wir rennen uns gegenseitig hinterher, dabei war das nur... Ja, ja, ist so, Mann. Ich denke auch, dass du das bist, weil der so dunkelblau ist. Ja, ja, genau. Oh Gott, ich bin weak. Okay, wir verlieren B. Nee, wir müssen B einnehmen. Oh, Mann, Alter. Ja, die Symbole, die Farben und so bei den Flaggen irritieren mich auch noch ein bisschen. Oh mein Gott, 12er Prezi, Gruß an Marcel. Aber ich habe hier auf jeden Fall schon mal Dauerhund. Hat der da aus unserem Team für eine Streak, Mann? Oh mein Gott, ich bin geflasht. Ich will jetzt nicht sterben. Dass du einen Helikopter, der Raketen schießt. Ich traue mich da irgendwie nicht zu zäh runterzurennen. Ich auch nicht, Mann. Ich bin gerade oben. Ey, von hinten, nein, Teammate. Ich tue mir erstmal nochmal diese Ballistikweste. Z-Com zerstört. Nein, von hinten. Digga, ich war, glaube ich, auch schon kurz vor, ne? Echt? Scheiße, Mann. Ich hatte, glaube ich, locker auch schon eine 20er Streak. Okay, komm, ich habe erstmal Hund raus. Den Maniac aktiviere ich jetzt auch mal. Ah, ne, ich musste noch erstmal werfen. Oh, scheiße, Mann. Na, ich habe leider irgendeine Ess aus diesen Vorräten. Ich bin aber irgendwie richtig uneingespielt. Aber egal, für die erste Runde geht es auf jeden Fall eigentlich ganz gut ab. Mama, ich kann gerade nicht. Mama, gib bitte gleich in fünf Minuten. Jo, ich komme rüber. Bis gleich. Featuring Mama. Alter, ich glaube es immer noch nicht, dass du einfach auf trocken hier eine Campstrike live gemacht hast. Soll ich das heute noch hochladen? Oh mein Gott. Natürlich, Alter. So schnell wie möglich. Ich habe irgendwie gar keinen Aim gerade, ne? Komm ich nach der Runde aber mal auf. Nein, wir machen hier diese Folge von dir natürlich noch zu Ende, bevor ich... Ey, Digga. Ich bin gerade richtig bad eigentlich. Soll ich mal eine Campstrike rausholen? Ja, hau raus. Das Geräusch ist auch so episch, ne? Ich habe immer noch keinen Sound. Er kommt von der Seite noch. Schau mal an, Alter, wie alle so stehen... Es gibt's nicht. Was? Ich spawne hinter mir, Leute. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Oh, Mann. 58 Kills habe ich schon? Kommt mir gar nicht so vor. Bei dir läuft richtig, bei mir ist richtig scheiße. Alter, ich verkack richtig. Ach. 25-7 ist doch voll in Ordnung. Weißt du, wie meine erste Runde war? Also mit diesen Standardklassen? Mhm. Locker 1-5 war KD. Oh mein Gott. Ich habe auch gerade irgendwie richtig komisches Aim, aber egal. Scheiß drauf. Wir müssen mir die Gegner mal ein paar Flaggen nehmen lassen. Was ist denn los? Wozu brauchen wir denn Flaggen? Wird auch gar nicht nötig. Triple Cap in Ding. In Ghost. Läuft bei uns. Oh mein Gott. Gerade noch den Typen geholt, Mann. Okay, ich habe wieder den Hund. Der Hund ist natürlich auch ein krasser Kumpar, ne? Ah, schon vor der Runde. 64, ja, Digga. Also an meine Abonnenten, ich hoffe, euch hat das Live-Kommentary gefallen. Ich mache jetzt mal die Schwitzdokumente von Anton weiter. Und hier auf 500 Bewertungen müssen auf jeden Fall drin sein. Schaut auf jeden Fall bei Nils vorbei, Leute. Camstrike Live hat er gemacht. Aber wir machen auf jeden Fall noch eine Runde, oder? Ja, klar, Digga. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020